Das ist Carolina. Sie ist ein ganz normales Teenager-Mädchen. Sie liebt es, Sport zu machen. Aber ihr größter Traum ist es, eines Tages mal ein Topmodel zu werden. Warum sie allerdings Topmodel werden möchte, weiß sie nicht. Ich kann mir das auch nicht erklären. Also, ich habe mal im Fernsehen diese Gwendoline gesehen und die ist so mega hübsch und ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, aber da habe ich mir gesagt, sowas möchtest du später auch mal machen. Weil die sah so mega aus und hat ihren Job richtig gut gemacht und sie ist auch wirklich mein Idol, muss ich zugeben. Im Fernsehen sieht sie sich auch jedes Jahr britisch Next Topmodel an. Ich hatte schon mal überlegt, mich dort anzumelden und da mitzumachen, aber meine Freunde haben gesagt, nee, mach das nicht. Nee, ich werde lieber Sportlerin. Topmodel sein ist doof. Ich bin ja auch sehr sportlich, aber ich mache Sport lieber in meiner Freizeit und nicht, wenn Trainer sagt, ja, du musst das jetzt machen. Weil es soll mir Spaß machen. Aber Modeln, das wäre irgendwie was. Ich weiß auch nicht warum. Ob sie sich noch bei britisch Next Topmodel anmelden wird, das steht noch in den Sternen. Wir wünschen Carolina auf alle Fälle viel Glück für die Zukunft.